Oh mein Gott, Junge, es ist viel auf Koala, außer Gratisburg. Scheiße. www.scheißboxer.shop Die Scheißboxer-Bag mit limitierter Autogrammkarte. Jetzt erhältlich. Ey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt es wie immer eine Folge Brawl Stars. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Oh shit Leute, wir sind gerade wieder auf dem Free2Play-Account. Oh Mist Leute, und ihr seht, wir haben 146 Brawl Boxen. Eigentlich haben wir 150, aber ich habe aus Versehen gerade angehört. Nee, vier sogar waren es. Mathe, Genie, Mervin, E-Star. Leute, es wäre zu krass, wenn wir jetzt erstmal die kompletten Trophäenfahrt abholen. Das heißt, oh shit Leute, ihr seht, wir haben einfach 5000 Trophäen hier mit. Leute, lasst jetzt einen fetten Daumen nach oben da. Komm, wir beginnen einfach in Let's Go. Wir holen heute alles ab. Hier haben wir Marken mit auflaut. Und die erste Brawl Box wird geöffnet. 3, 2, 1, go. Oh shit. Leute, ich muss mich erstmal im Vorhinein dafür entschuldigen, Leute, dass dieses Video so was von zu spät kommen wird. Es ist einfach so, meine Alligator funktionieren so nicht mehr. Keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Leute, wir holen jetzt Tick ab. Seid ihr bereit? Lasst jetzt einen fetten Daumen nach oben da. 3, 2, 1, oh shit, Leute, das ist der erste Brawler, den wir jetzt haben in diesem Video. In diesem Video natürlich, Power-ups kriegt ihr auch. So, und jetzt die nächste große Box, Leute. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, abfahrt. Boom, 3. Okay, ich glaube, das sind zu viel Münzen. Ja, das waren zu viel Münzen. 3 Gems. Okay, hier holen wir nochmal Power-ups für Bully-Buller ab. So, und die große Box, die wir später haben, jetzt, also die große Mega-Box. Hier können wir nochmal die Tickets abholen. So, das können wir auch mal alles hier einfordern, Leute. Oh shit, Leute, das ist so ein krasses Video heute. Ey, das ist alles auf den Free-to-Play-Account, wo ihr kein Geld drin steht. Beziehungsweise ist natürlich nur Markenverdoppler gekauft worden. So, let's go, komm. So, Leute, wir ballern heute voll Brawl-Boxen durch. Oh shit, ich bin mal gespannt, was wir heute so kaufen werden. Oder beziehungsweise was wir ziehen werden, so ist es richtig. Hey, Leute, hoffentlich einen legendären Baller. Hoffentlich einen legendären Baller, komm. Das ist jetzt so krass. Okay, das nicht. Oh mein Gott, da haben wir den ersten Baller. Keine Kloschüssel aus einer Gratis-Box. Oh shit, Leute. Oh shit. Oh shit, Digga. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay, Leute, lasst ein Fett noch nach oben lassen. Das ist schon der zweite Baller, den wir heute gekriegt haben. So, da war jetzt auch nichts drin. Komm, weiter geht's, let's go. Ich bin so gehypt, was jetzt noch kommt. Okay. Gön, 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 Junge, gön. Oh mein Gott. Okay, den ersten hatten wir ja schon gezogen. Ich gebe das jetzt einfach mal hier so schnell durch. Ihr wollt es natürlich auch sehen. Leute, vergesst auf jeden Fall nicht, euch die scheiß Boxer-Bag zu holen. Leute, richtig nice. Ihr wisst, die ist gestern erschienen. Und wir haben gestern, glaube ich, schon fast 1000 oder so verkocht am ersten Tag. Also unnormal krass, Leute. Denkt dran. Viele wird es von denen nicht mehr geben. Könnt ihr euch ja als Weihnachtsgeschenk oder so wünschen. Also, ja, Weihnachten. Oder Nikolaus steht ja auch jetzt demnächst an. Aber ich glaube, für Nikolaus ist es zu viel. Deswegen Weihnachten ist, glaube ich, besser. So, da haben wir nichts. Und, ja. Komm, der muss jetzt mal gönnen. Ah, okay, wir haben schon einen Border gezogen. Ist gar nicht mal so schlecht. Und das alles auf dem Free2Play-Account. Hier haben wir 5.000 Pokale, ey. Oh, shit. Oh, shit. Und kann nicht ein einziges Star-Power. So, komm, Junge. Wir werden, Leute. Guck mal. Deswegen sagen wir auch mal, wir haben noch so dermaßen viele Ballboxen, die wir öffnen können. Über 100. Oh, mein Gott. 111 noch, genau. Junge, Junge, Junge. Und Tickets, Leute. Das heißt, im nächsten Video, nächste Woche können wir wieder Tickets pushen. Oh, shit. Oh, shit, Leute. Ich bin jetzt mal gespannt, dass wir jetzt noch so ziehen. Der kann jetzt mal langsam wieder eingönnen. Also, ich denke, einen werden wir auf jeden Fall noch kriegen. Also, wir können noch mal ganz kurz gucken. 17. Oh, mein Gott. Wir haben schon 17 Border. Alter, wir können nur noch... Alter, Leute. Wenn wir heute noch einen Legendären ziehen, ey. Oh, shit. Das wäre so krass. Wir müssen den Free2Play-Account einfach Max kriegen. Das wäre echt heftig. Und zum Schluss, Leute, öffnen wir einfach noch die Megabox. Einfach noch eine Megabox. Und die Boxen links daneben. Die großen Boxen haben wir ja auch noch die zwei. Okay, 8 Jams, Leute. Wenn das so weitergeht, dann gehen wir nur mal 80 Jams voll. Da fehlen ja nur noch 58. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt noch 45. Leute, unser Ziel ist, dass wir noch 45 Jams zu bekommen haben. Okay, drei wieder dazu. Jetzt noch 42. Oh, shit, Leute. Das ist das krassste Opening. Okay, zwei Markenverdoppel, was wir jemals gemacht haben auf dem Telekom. Leute, lasst doch jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so als nächstes für ein Video bringen sollt. Und ich glaube, wir ziehen heute noch Genie. Okay, fünf Jams. Nice. Ich habe das noch ein Gefühl, dass wir das noch schaffen. So, da haben wir jetzt noch nichts. Komm, komm. Wir haben die Markenverdoppler, aber die sind auch gut. 80. Ballboxen noch, meine Freunde. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Komm, das wird... Das wird einfach gar nicht so wenig haben. Komm, der Anfang war so stark mit zwei Ballern. Jetzt muss man hier was gönnen. Gönn, drei Jams. Okay, nice. Okay. Okay, nochmal drei Jams. Oh, nice. Leute, wir müssen noch eine zweite Megabox kriegen, wenn wir jetzt keinen Baller kriegen. Komm, gönn uns einen Baller. Okay, fünf Jams. Sehr gut, er gönnt Jams. Nochmal Jams, Leute. Easy, sollten wir das schaffen. Komm, gönn nochmal Jams. Und Jams. Yes. Ich habe eine Challenge, dass wir Jams bekommen. Okay, die 20 Jams sollten wir easy schaffen. Wir haben noch 68 Boxen. Oh, mein Gott, Junge, was? Wir ziehen einfach die Kneipenschläger hin. Das ist der zweite Baller aus einer Ballbox. In diesem Video, Junge, was ist hier los? Oh, shit, Leute. Oh, shit. Ich will auf dieses Video 2000 Daumen nach oben sehen. Oh, no, Digga. Nein, Digga. Was ist denn hier los? Alter, Alter. Es ist einfach zu krass. Es ist zu krass. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das noch sagen kann. So, wieder fünf Jams. Oh, nein, Digga. Alter, die Kneipenschlägerin. Sie ist Legende. Das ist einfach zu krass. So, wieder drei Jams. So, jetzt noch zehn Jams. Dann haben wir es geschafft. Wir können zwei Megaboxen öffnen. Zwei gratis Megaboxen. Oh, shit. Oh, shit. Okay, dann haben wir noch ein paar Ausstattel bekommen. Komm, komm, öffne dich, Box. Öffne dich. Und? Komm. Zwei. Dann muss ich jetzt noch mal einen Baller gönnen. Wir werden uns noch einen Baller. Komm, wir wollen jetzt noch einen krassen Baller haben. Okay, drei Jams. Leute, wir haben drei neue Baller schon. Und gleich geschafft haben wir wieder 80 Jams. So, wir können dennoch... So, fünf Jams, wir haben es geschafft, Leute. Guckt mal, wir haben gleich noch oben den Trophäenpfad. Das heißt, da können wir zwei Megaboxen öffnen. Komm mal, gönn nicht. So, dann können wir... Hauen wir die letzten Jams jetzt hier auch noch durch. Das ist das krasseste Open, Leute. Oh, shit, ey. Komm, gönn uns ein bisschen was. Gönn, Junge, gönn. Ah, nee, der will jetzt nicht gönnen. Komm, 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 komm. Wie geil wäre das jetzt noch ein Legendary-Brawler? Ein Legendary. Ich dauere das jetzt hier so lange. Was ist denn das? Und komm, Junge. Nee, aber wieder drei Jams. Komm. Gönn uns doch noch mal einen Baller. Ein Baller. Wir wollen jetzt einen Baller, Leute. Okay, wir haben eigentlich schon drei Stück. Aber wir haben einfach die Kneipenschlägerin gezogen. Ich komme nicht mehr drauf klar. Es ist zu krass. Verzeih mir, dass dieses Video so verdammt spät kommt. Wir haben es jetzt. Halb zwei. Ich schaffe es niemals, pünkt mich online zu bringen. Ich habe einfach verpennt. Und die scheiß Wecker nicht gehört. Und was noch zukommt, meine Elgato. Oh mein Gott, Junge. Jetzt hat er 100 Teile gezogen. Junge, das ist der vierte. Oh shit, Digga. Vier Baller. Leute, wir haben vier Baller. Und drei davon. Wir haben drei Baller aus einer Ballbox gezogen. Aus einer Gratisbox. Oh shit. Das ist so krass. Das ist so krass. Oh shit, Digga. Leute, das ist einfach zu heftig. Das ist zu... Das ist Next Level Shit. Mit den letzten 17 Boxen. Da wird jetzt eigentlich mal nichts mehr drin sein. Oh mein Gott. Junge. Oh mein Gott. Ich komme einfach nicht drauf klar. Komm, wir öffnen jetzt mal die hier. Komm, gönn, 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 gönn. Ah. 91. Das ist ja viel zu viel. So, komm. Die auch nochmal. Komm, große Box. 3, 2, 1, gönn. 47, okay. Leute, ihr habt gesagt, zwischen 40 und 50. Habe ich heute in den Kommentaren gelesen noch. Ich lese übrigens alle Kommentare, Leute. Mal gucken, ob da halt ein Baller drin ist. Und? Ne, Power-Ups. Okay. Hä, dann stimmt das aber ja nicht so ganz. Oder ist das 45? Leute, schreibt mir in die Kommentare. Da haben wir jetzt auch nix. Komm, gönn, nochmal. Oh mein Gott, Junge. 4 Border. Aus der Gratis-Box. Scheiße. Leute, ihr habt 5 Border gezogen und 4 aus einer Gratis-Box. Ich habe mir noch Riko gezogen. Ey, das ist so krass, Digga. Was? Oh mein Gott, Digga. Junge. Ey, das ist so ein heftiges Video. Leute, 3000 Daumen nach oben da. Es ist einfach zu krank. Es ist zu krank. Und das war die letzte Ballbox. Leute, ich würde sagen, die letzten beiden, die holen wir uns im nächsten Video ab. Wir wollen das Lack heute nicht zu sehr rausfordern, Leute. Wir gucken nicht einmal, was wir alles gezogen haben. Wir haben Tick. Wir haben Darrell. Wir haben Rico. Wir haben Karl. Und wir haben auch noch die Kneipenschlägerin gezogen. Es ist zu krass. Der Account ist so heftig, Leute. Ich würde sagen, Leute, das war es für den Video. Vergesst nicht, die scheiß Boxerberg abzuchecken. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Kauft sie euch, Leute, unbedingt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kaka aus und schön mit Ö. Bis zum nächsten Mal.